Du darfst jeder, freut man dich! Höchstlicher Vogel! Du bist ein hästlicher Vogel! Höchstlicher Vogel! Höchstlicher Vogel! Es geht darum, es geht darum! Es geht darum, buradan düşünst! Ja, das ist gut. Ja! Wir sind auch noch! 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 Musik sind das die kernberge ich bin ja ich bin ja aus dem flachland war ich bin ja ein flachländer ich bin ja ich bin ja aus berlin das ist ja die hauptstadt dass das kennen die hier in jener so und da hinten sind es das wahrscheinlich die kernberge und in den kernbergen da wohnen ja die jenenser und die jenenser sind ja so ein fußball fußball das bergvolk ja die kommen ja aus den bergen und die haben gedacht die gewinnen gegen uns und die haben ja ich glaube ich sogar schon mal zweite bundesliga gespielt ich weiß es gar nicht oder erste dritte vierte ich weiß nicht haben gespielt und aber heute nicht heute haben wir gewonnen gegen die 3 zu 2 das war so schön ich habe so gelacht wir haben die ausgleich gleich gemacht im gegenzug dann wieder das war hin gegen hin und her aber eigentlich haben die gar keine chance gehabt ich meine das sind ja das sind ja karls als jener war mal der beste ddr ich glaube ich schweife aus einer der besten ddr clubs die es gibt das war der vorzeit aber ich will gar nicht weiter wir haben gewonnen wir haben gewonnen wir sind auf dem weg ja und wenn wir so weitermachen dann stehen wir am ende auf dem ersten platz obwohl der hier wollte spieler der hat gesagt am ende wird die tabelle anders aussieht aber kreiswald ist erster und dann sieht die auch am ende anders aus das sind wir erster so wird sein und das geilste von der ganzen sache ist guck mal hier ich habe mir zitrone gequatscht die hat mich angerufen ich bin nicht reingegangen habe ich sie zurückgerufen ich bin der einzige der ihre nummer hat und da hat sie gesagt ich komme in gelb ist ja klar gegen jener das gewinnen und jetzt geht es weiter wir gewinnen alles was noch kommt hat peter meyer beschlossen und das müssen wir ausführen bis dann pukki war nicht da aber die kommt nächstes mal glaube ich also ciao handi du bist auch hier ja hallo na wie geht's dir denn ja hat dieses spiel heute gefallen ja das war cool oder haben wir gewonnen jawollah